Jo, da sind wir da bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir hier in Agrabah gesehen, dass so ein Trödler die Lampe von Jafar hatte. Und die möchten wir ihm doch liebend gern wieder abkaufen. So, da geht's auch noch wieder zum Bazaar runter. Und deswegen müssen wir uns nun einen kleinen Schatz verdienen und suchen. Oh, hier waren sogar noch ein paar Herzlose. Ja, geh nicht im Kreise. So gut, dann können wir hier eben nochmal schnell ein paar Herzlose besiegen. Oder besiegen lassen von den anderen. Hier noch ein paar. Muss ich an diesen ganzen kleinen Ecken und so noch ein paar Herzlose. Äh, nee, hier kommt nichts mehr. Das ist ja eigentlich noch der einzige Weg Richtung Palast. Palastplatz. Oh, da können wir auch nochmal ein bisschen umschauen. Jo, hier sind auch Herzlose. So wenig nur? Ein einziger? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Ähm... Noch keine Truhen. Ah, da haben wir doch noch welche. Ich hab' schon gedacht, dass es nicht alles sein kann. Ähm... Ah, da brauchen wir wieder mehr auf, sobald ich wieder in die Mitte gehe. So, guck mal her. Und Drive auf zwei. Na wunderbar. Viel fehlt mir nicht, dass ich's wieder einsetzen kann. So, kann ich eigentlich davon noch weiter in den Palast rein? Tür ist fest verschlossen. Nö, kann ich nicht. Schade. Ich hätte gern, aber auch gern mal so ein bisschen vom Palast gesehen. Wässe ich auch nicht schlecht. Na dann. Wollen wir mal die Stadt verlassen und Richtung Wunderhöhle gehen. Wobei ich da immer noch so ein bisschen skeptisch bin, ob wir da auch wirklich einen Schatz rausbekommen, denn... Man weiß ja, was passiert, wenn man, äh, die Schätze der Wunderhöhle anfasst. Bumm! Alles kaputt. Weil man hat die Wunderhöhle sich nicht jetzt letztens kaputt gemacht, also in... Uiuiui. Doch, beim letzten Mal hat sich die Wunderhöhle doch kaputt gemacht, als wir da drin waren. Müssen wir doch mit nem Teppich da noch entkommen. Äh... So kann ich noch irgendwie wieder zwischen... Irgendwo zwischen ne Schatztruhe versteckt ist, aber... Ja, ich glaube, ich hab jetzt auch alles hier in Agrabah. Das heißt, wir dürfen nun die Wunderhöhle erkunden. Oder vor den Stadtmauern erstmal. Wow! Dicke Wolke da hinten. So, wir haben hier wieder ne große Truhe. Mit ner Karte. Ein Virtuosenring. Oh! Da schauen wir doch mal kurz rein, was das ist. Da. Erhöht Maximum AP extrem. So, ich nehm zur Zeit Sardonyx. Erhöht Maximum AP wenig. Schauen wir mal. Hm. Der erhöht meinen Angriff. Dann geb ich den Glücksring jemand anderem. Vier! Was? Ach, die anderen können... Doch. Ability ringen. Könntest du... Ah, du kannst den Glücksring nehmen, Donald. Vier mehr, Donald. Vier mehr. Wow. Kann ich mir noch ne Ability reinnehmen, eigentlich. Äh, Vergeltungsschlitz. Moment, wurde mir nicht da irgendwie was gesagt, dass... Der Aufwärtsschlitzer soll nicht so gut sein. Sollte er den Vergeltungsschlitzer nehmen. Ich könnte das Trio-Limit eigentlich mal mit reinnehmen. Das würde jetzt ja passen. Ja, ich probier das mal. Das... Ist das mit allen möglich, oder... Ist das nur mit Donald und Kufi möglich? Äh, hier scheint aber auch sonst nichts zu sein. Aber ich kann mal kurz gucken. Da ich ja jetzt hier rausgegangen bin. Ob ich drin alle Schätze habe? Ja. Gut. Wir haben in Agraber alle Schätze. Ich würde sagen... Eben mal speichern und dann... Äh, Moment. Ahaha. Hätte ich beinahe aber sehen. Einmal speichern und dann... Machen wir uns mal auf Richtung Wunderhöhle. Äh, speichern. 14 Stunden schon. Und ich habe schon wieder 377 Thaler. Bin nicht gut. Das Einzige, was wir mittlerweile eigentlich von den Thaler kaufen, sind natürlich nur Potions. Und vielleicht ab und zu ein Ausrüstungsgegenstand. Naja. Gehen wir. Na, wobei, was sagt schon Aladin? Wunderhöhle ist da drüben, wo auch die furchteinflößenden Wolken sind. Das ist ein gefährlicher Ort. Aber solange wir zusammenbleiben, sollte alles in Ordnung bleiben. Okay. Stay by me, Donald. Äh, Donald? Aladin. Hey, da ist eine Truhe. Ah, und ein Kind mit Ohren ist auch da. Da wären wir. Das sind sogar zwei Truhen. Okay. Ah, und wieder ganz viele nette Gegner. Wow, was komme ich da gerade ab? Vortex Volley? Was? Hab ich das eingesetzt, das Vortex Volley? Oder? Lop. Könnte ich ja gleich mal schauen. Wir nehmen uns... Wir nehmen uns... ...einen Driver aus... ...oder... ...habe ich mir das drauf lassen, das ist die Truhe, die ich von eben gesehen habe. So. Was glaube ich mir jetzt eigentlich nochmal reingenommen für eine Fähigkeit? Ich hab's schon direkt wieder vergessen. Muss gleich mal schauen, was genau... ...die macht. Mit Riedelsplitter. So, mal schauen. Ne, ich kann kein Limit machen. Hm. So, was hab ich mir jetzt eigentlich nochmal reingenommen? Äh... Moment, nein. So geht nach... So geht man nach oben. Äh... Den Vergeltungsschlitzer. Ach, wenn ich weggestoßen werde, schnell. Ja. Mit, äh... ...viereck wieder auf die Beine kommen und angreifen. So, hier ist sonst nichts. Also... Rein in die Wunderhülle. Tal der Steine. Mal sehen, ob ich hier wieder... ...Wasserfälle hochschwimmen muss. Was ist denn das denn für Ballkünstler? Was ist denn das? Bomben? Irgendwie fliegt mir Aladin so ein kleines bisschen hier zu viel hin und her. Wow. Gut, lassen wir die Truhe erstmal hier noch am Rande stehen. Und besiegen erstmal alle Gegner. In dem Gebiet. Wobei, ne, ich nehm sie mir doch. Na komm, mach auf. Mach auf. Highpotion. Ich weiß, das heißt nicht Highpotion, sondern Highpotion. Aber ich wollte gerade Highpotion sagen. Das klingt wie so eine Attacke. Highpotion! Oh, Level up. Magiekraft und... Oh, schon wieder die AP hoch. Also, mit AP habe ich hier anscheinend gar kein Problem. Merke ich so langsam. Mitrielsplitter. Ah, da ist noch ein bisschen Geld. Und Drive. Hm. Da haben wir ihn auch noch hoch. Ich kann nicht runterfallen, oder? Am Ende muss ich dann schon wieder Wasserfälle hochschwimmen und... Keine Ahnung, wo ich dann lande. Ja, ja, ist ja gut. Du kannst auch wieder landen. Und das ganze Geld hier einsammeln. Und Drive-Punkte. So, und noch mehr Gegner. Diese Klaffer-Soldaten haben wir auch öfters mal. Drive auf Level 3. Oh, ah, den hat Angriffskraft hoch. Die Glizern hier so schön. Könnte Abu sicher nicht seine Finger vonlassen. Hm, wurde ich halt weggehauen? Wie? War er noch am Leben? Charmeur könnte ich gut gebrauchen. Könnten hier ein paar Sachen einsammeln. So, mit Riedeltropfen. Ich glaube, das waren auch alle Drohnen hier. Die ich jetzt gerade spontan sehe. Diese Fähigkeit von Bufi ist irgendwie total imba. Dreht sich ja die ganze Zeit im Kreise und die Gegner kommen da... Nein! Ja! Zieht doch auf mich nur, natürlich nur. Ihr könnt auch mal auf Gegner, auf andere Gegner zielen. Wow. Die hast du aber irgendwie voll auf mich abgesehen. Au. Au. Moment. Heilen wir uns erst mal. Volltreffer! Jawoll! Aber die füllen meine Drive-Lights auf jeden Fall sehr gut auf. Au. Au. Ja, okay, ich warte. So, jetzt komme ich dir zu nah. So. Und Volltreffer. Bam. Und damit ist der Drive wieder voll. Immerhin dafür sind diese dummen Wampen da. Das waren doch Ardo-Wampen. Ne, Böller-Wampen jetzt, ne? Moment, was haben wir da neu? Immer Gucken. Das ist der Niedstein. Ähm. So, wie sieht es mit den Schätzen aus? Nur noch vier Stück? Wow. Eine Menge gesammelt. Äh, Silberlinge, das sind... Ach die. Was könnten die eigentlich? Äh. Können sich in Lichter verwandeln. Okay. Äh. Wahrsagerin? Ach, das ist ein weibliches Teil auch noch. Ui. Sieht schick aus. Kugelfeuer. Diese kleinen Lichter. Und die Böller-Wampen. Ja. Noch irgendwelche neuen Gegner? Doch. Ne, Moment, da gab es unten war einer. Illuminator. Ach so. Der Boss. Okay. Dann weiter Richtung... Fragezeichen. Raum der Steinwände. Was ist das? Äh? Der Niedstein schwebt in der Luft. Okay. Äh. Guckt mal, ob das in den Sockel stecken. Den Stein, der in der Luft schwebt vielleicht? Äh. Ja. Vibrationen. Warte. Ja. Es regnet Eis. Muss ich den Stein jetzt dahin zum Sockel bringen? Äh. Führer-Buh zum Sockel. Los, Abu. Lauf. Spring, Abu. Lauf, Abu. Spring, Abu. Hier, los, Abu. Oh, cool. Maximum HP, Donald Ice, Maximum... Ah. Ja. Fast alle bekommen hier Maximum HP hoch. Schön. Das ging leicht. Und da wären die Dinger wieder ruhig. Was stand eigentlich vorher? Besänftet ihr den Zorn? Habe ich weiter nicht weitergelesen, irgendwie. Oh. Da hat es sich einfach mal eben aufgelöst. Wie viel HP habe ich denn jetzt so? Ui. Ach, das ist sogar jetzt eine Speicherkammer geworden dadurch. Schön. Öh, Memory. Steckplatz 1. Memory Card wird überprüft. Es wird gesperrt... Was? Wie... Wie... Wo habe ich denn bitte schon wieder 400... Oder... Moment. 350... 348. Ja, wir kommen. Wow. Was sagst du, Nabu? Schade, wir müssen den Schatz all die Jahre vom Müchtigernpläne daran beschützt haben. Denkt daran, dass ich hier bin, um euch zu helfen, solange es nicht so gefährlich ist. Kann man da was? Versuchen. Moment. Energie muss aufgebraucht sein. Okay. Wenn du es sagst. Okay. So, ich möchte mal das Limit eigentlich benutzen von Schlund der Herausforderung. Erfülle deine Aufgabe innerhalb der festgesetzten Zeit. Aktivieren. Was auch immer meine Aufgabe ist. Ich siege alle Gegner. Okay. Moment, wenn ich jetzt hier ganz viel kämpfe. Drive. Und runter. Nächster Gegner. Das ist doch gut. So kann man die Drive-Form auch ein bisschen leveln. Nicht, wenn du da bist. Ziel mal bitte nicht auf mich. Ach, jetzt kommt er auch mit runter. Ja. Lande mal. Ja. So viel zur Drive-Form leveln. Wenn wir wieder mal Addo-Wampen entgegentreten. So. Au. So. Wieder mal ein bisschen. Ah. Ich weiß auch, warum ich die Viecher nicht mag. Die gehen mir echt auf die Nerven. Wow. Wir fallen. Wir fallen tief. Das ist der letzte Kampf. Ziel nicht auf mich, du dumme Wampe. So. Volltreffer. Was? Das waren schon alle? Oh. Okay. Habe ich sie doch geschafft. Irgendwie. Wo ist das? Moment. Stehe hier die Karte jetzt? Jo. Wunderhöhlenkarte. So. Was steht denn hier? Zwinge das Test. Du besitzt große Stärke. Ich möchte da noch nicht rein. Ich möchte da noch nicht rein. Ich wollte speichern. Ja. Die Tür geht nur auf. Gut. Die Tür geht nur auf. Haben wir die Termin? So. Was ist das hier jetzt eigentlich? Untersuchen. Nächster Halt-Eingang. Äh. Nein. Ich möchte hier nicht raus. Ich speichere nur mal eben hier. Also ich kann sagen, die Drive-Form eben war doch ziemlich verschwendet. Jo. Ich werde in dieser Welt erstmal keinen Drive-Form benutzen. Ich glaube, ich komme auch gar nicht mehr dazu, den nochmal zu benutzen. Weil scheiß Ardo-Wampen und so. So, was hat den Donald jetzt noch gelernt? Ach, Donald-Eis. Oh komm, nehmen wir mal rein. Aber auch nur so. Auch wenn Donald gerade eh nicht dabei ist. So, ich muss kurz gucken, wie weit ist denn die Helden-Form? Wow. Haben wir ja sehr viel geschafft. Na egal. Ich... Äh. Ja. Äh. Wir sehen uns dann erst beim nächsten Mal wieder bei Kingdom Hearts 2. Bis dann. Ciao.